Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu diesem neuen Info-Video. Heute möchte ich mich mit euch mal über die Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Betrug am Telefon ein wenig beschäftigen. Eine Studie analysierte über 2 Millionen Spam-Anrufe im Jahr 2019. Der Betrug am Telefon ist mittlerweile nichts Neues mehr. Die Spam-Telefonate sind nervig und können große Schäden anrichten. Vorsicht vor Telefonbetrug! Wenn eine unbekannte Telefonnummer anruft, schrillt bei dem ein oder anderen sofort die Alarmglocke. Schon wieder ein Spam-Anruf und plötzlich finden sich viele in einer ungewollten Situation wieder. Am anderen Ende des Apparats wartet bereits jemand darauf, ein Werbegespräch zu beginnen oder durch betrügerische Maßnahmen Menschen hinters Licht zu führen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich über verdächtige Rufnummern zu informieren. Wie t-online.de zum Beispiel berichtet, gibt es mehrere Webseiten, die im Internet unseriöse Telefonnummern veröffentlichen. Auf Seiten wie teltos.de oder anrufer-bewertung.de können sich Betroffene im Ernstfall oder bereits vorher informieren. Man kann hier allerdings auch einfach mal nach solchen Webseiten googeln. Ebenso warnen Polizei- und Verbraucherschutzzentralen regelmäßig vor betrügerischen Anrufen. Das Unternehmen CleverDialer veröffentlichte bereits vor einiger Zeit eine Liste von Nummern, vor denen man gewarnt sein sollte. Darunter befinden sich auch einige Nummern aus Deutschland. Die genannte Studie analysierte über 2 Millionen Spam-Anrufe. Kostenfallen, Werbung, Gewinnspiele sind dabei besonders häufig. Die Masche mit der Trading-Abzocke wurde hierbei allerdings noch nicht erwähnt. Im Zuge dieser Studie wurde zudem die nervigste Rufnummer des letzten Jahres gegürt. Die Liste findet man hier auf der Webseite von CleverDialer. Die wohl häufigste Spam-Art laut der Studie zufolge sind Kostenfallen. Etwa jeder Vierte, also 26 Prozent solcher Anrufe, zielt demnach darauf ab, Verbraucher über überteuerte Abzocke in Abos zu verwickeln. Mit knapp 24 Prozent und damit knapp hinter den Kostenfallen befinden sich Gewinnspiele. Dabei werden Verbraucher häufig in Abo-Fallen gelockt, da ein vermeintlicher Gewinn nur in Kombination mit einem solchen Abonnement angeboten wird. Knapp jeder zehnte Spam-Anruf ist ein sogenannter Ping-Call. Hierbei lassen Telefonbetrüger zunächst nur kurz anklingeln, um die betroffenen Menschen zu einem Rückruf zu bewegen. Dadurch fallen dann meist sehr hohe Kosten an. Also achtet darauf, dass ihr nicht von 0805-Nummern oder von 0900-Nummern angerufen werdet. Diese kosten richtig viel Geld. Außerdem sollte sich vor der Rufnummer eine 0 befinden oder eine plus 49. Alternativ auch 0049. Steht etwas anderes als eine 49 oder eine einzelne 0 davor, dann ist der Anruf höchstwahrscheinlich aus dem Ausland. Viele Telefone zeigen das mittlerweile auch an. Nicht ganz so dramatisch, dafür aber sicherlich nervtötend, verhält es sich mit Werbe- und Verkaufsanrufen. Die rechtlichen Kategorien von Spam-Anrufen setzen sich aus Telefonaten zu Dienstleistungsangeboten und Umfragen als auch von Inkasso-Unternehmen zusammen. Bewertungen zu Spam-Anrufen, Nerv-Alarm bei 030-Vorwahl, also angeblich aus Berlin. Laut CleverDealer gibt es drei Methoden, die über 90% der Verbraucher besonders nervig bewerteten. Die Kostenfalle sieht mit 98% negativ aus. Die Bewertung an der Spitze dicht gefolgt von Verkaufsanrufen und Ping-Calls. Und auch die Vorwahlen der Spam-Nummern wurden einem Ranking unterzogen. Demzufolge wurde jeder siebte Anruf unter der Berliner Vorwahl 030 getätigt. Damit steht die Landeshauptstadt auf Platz 1 der Spam-Regionen. Die Vorwahlen 040, also Hamburg, und 069 Frankfurt belegen die Plätze 2 und 3. Hierzu habe ich euch ja bereits erzählt, dass die Anrufe selten wirklich aus dieser Stadt kommen. Und die Rufnummern oft einfach verfälscht werden, um einem so vorzuspielen, dass dieser Anruf ein deutscher Anrufer ist. Dafür wird eben Berlin oder Hamburg oder Frankfurt sehr gern genutzt. Das sind sehr zentrale Städte, wo ganz viel Region ringsherum ist. Und so kann man euch eben suggerieren, dass man ja aus der Nähe anruft. Was aber definitiv selten der Fall ist. Vorsicht ist am Mittwoch geboten und am Wochenende ist es eher ruhig. 90% aller Spam-Anrufe werden unter der Woche getätigt. Somit müssen Verbraucher am Wochenende eher nicht damit rechnen, einen Telefonbetrüger zum Opfer zu fallen. Denn nur ca. 3% der Anrufe gingen an einem Sonntag ein. Die Studie kommt außerdem zu dem Schluss, dass es einen Tag gibt, an dem Spam-Anrufe besonders häufig eingehen. Jeder fünfte Anruf wurde 2019 an einem Mittwoch getätigt. Auch dienstags und donnerstags waren sehr beliebte Spam-Tage. Montag und Freitag hingegen verliefen deutlich ruhiger. Was ich hier sogar selbst bestätigen kann. Bei mir trifft das persönlich genauso ein, dass am Wochenende weniger los ist. Aber bei der Masse, die ich gerade bekomme, rufen auch am Wochenende gerne Leute bei mir an. Da ein Großteil der Spam-Anrufe von Callcentern ausgeht, ist die tägliche Zeitspanne solcher Telefonate sehr groß. Wer Pech hat, wird bereits um 8 Uhr morgens in nervige Gespräche verwickelt. Die Top-Spam-Zeit liegt zwischen 10 und 11 Uhr. Immerhin, gegen Abend fällt die Anzahl der Anrufe deutlich geringer aus, sodass ab 18 Uhr nur noch ein kleines Risiko besteht, Betrugsmaschen am Telefon zum Opfer zu fallen. Was ich selbst auch so wieder bestätigen kann. Hier mal eine Information direkt von der Webseite des Bundeskriminalamtes. Ich zitiere. Ältere Bürgerinnen und Bürger werden immer häufiger Opfer von Betrugshandlungen am Telefon. Das Vorgehen der Täter ist dabei außerordentlich facettenreich und reicht von Einforderungen von Gebühren für die angebliche Teilnahme an Gewinnspielen bis hin zu falschen Gewinnversprechen. Die Täter agieren aus Callcentern in der Türkei, geben sich als Rechtsanwälte oder Notare aus und informieren die Angerufenen beispielsweise über den angeblichen Gewinn eines hohen Geld- oder Sachpreises. Sie suggerieren, dass der Gewinn nur ausgezahlt werden kann, wenn der Gewinner in Vorleistung tritt. Es sollen im Voraus Gebühren, Steuern oder andere Kosten bezahlt werden. Eine Verrechnung mit dem Gewinn wird aus unterschiedlichen Begründungen abgelehnt. Die Opfer sollen die Beträge beispielsweise überweisen, in bar an einen Abholer übergeben oder per Post ins Ausland schicken. Unabhängig von der Zahlung erfolgt niemals eine Gewinnausschüttung. Ein Gewinn existiert einfach nicht. Sind Bürgerinnen und Bürger nach Vorauszahlung Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden, so müssen sie damit rechnen, immer wieder von Betrügern angerufen und zu weiteren Zahlungen aufgefordert zu werden. So geben sich die Callcenter-Mitarbeiter auch als Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und behaupten, dass sich die Angerufenen durch die Ersatzzahlung strafbar gemacht haben und ein angeblich gegen sie eingeleitetes Ermittlungsverfahren nur gegen eine weitere Zahlung schnell und unkompliziert abwendbar sei. Die Täter setzen die Opfer massiv unter Druck. Wenn diese keine weiteren Zahlungen leisten wollen, selbst wenn die Opfer kein Geld mehr haben und alle Ersparnisse bereits aufgebraucht sind, lassen die Täter nicht von ihren Opfern ab und fordern dazu auf, Geld zu leihen oder einen Kredit aufzunehmen. Weiter berichtet die Kriminalpolizei zum Thema Manipulation von Rufnummern. Um die eigene Glaubwürdigkeit zu erhöhen, manipulieren die Betrüger gezielt die eigene Rufnummer, die im Telefondisplays des Opfers erscheint. Dort wird die Rufnummer einer deutschen Stadt angezeigt, obgleich sich der Täter bei seinem Anruf in einem Callcenter in der Türkei oder sonst wo im Ausland befindet. Passend zu einem Anruf eines vermeintlichen Notars aus Hamburg kann so auch eine Rufnummer mit Hamburger Vorwahl im Display des Anrufers erscheinen. Hierzu habe ich euch schon mehrfach informiert. Das Spezialwort oder der Fachbegriff dafür lautet Rufnummern-Spoofing. Bedeutet, ich kann mit meiner Telefonnummer bei euch anrufen. In eurem Display erscheint allerdings nicht die Rufnummer, die ich tatsächlich besitze. Das heißt, ich manipuliere einfach die Absenderrufnummer. Kennt man vielleicht von SMS. Manchmal steht in den SMS statt der Name bzw. statt der Telefonnummer ein Name. Bei der Telekom zum Beispiel steht da auch gerne mal einfach Telekom drin. Und das Gleiche kann man auch mit Rufnummern machen und die Zahlen einfach austauschen. Und so könnt ihr diese Rufnummer nicht zurückrufen. Anwerbung von Finanzagenten in Social Media Die perfide Masche der Täter geht sogar so weit, dass Personen als sogenannte Finanzagenten angeworben werden, die den Tätern betrügerisch erlangtes Geld zuführen. So zum Beispiel, indem sie ihr eigenes Bankkonto zur Verfügung stellen. Indem sie ein neues Bankkonto eröffnen und den Tätern die Zugangsdaten mitteilen. Indem sie Bargeld persönlich oder eben auf dem Postweg entgegennehmen und weiterleiten. Oder indem sie Beiträge bei Geldtransferdienstleistern einzahlen. Also wie zum Beispiel Moonpay oder Coin irgendwas, was es da eben so alles gibt. Einerseits bedienen sich die Täter der Opfer von betrügerischen Gewinnspielversprechen und knüpfen eine Auszahlung des vermeintlichen Gewinns an das Tätigwerden als Finanzagenten an. Andererseits nutzen Täter Bekannte oder Verwandte als Finanzagenten einfach aus der Familie. Die Gelder stammen oft von Personen, die selbst zum Opfer von illegalen Gewinnversprechen durch türkische Callcenter geworden sind. Die eigentliche Funktion des Finanzagenten ist der Transfer dieser Gelder an zuvor durch die Täter mitgeteilte Empfänger in der Türkei. Auf diese Weise werden die Herkunft und die Transferwege des Geldes verschleiert. Die Täter werben künftige Callcenter-Mitarbeiter auch in Deutschland über Anzeigen in einschlägige Magazine oder auf Internetportalen an. Ich selbst habe solche Angebote bereits auf der Seite von Facebook in bestimmten Gruppen gefunden. Voraussetzung für die Bewerbung sind gute Kenntnisse der deutschen Sprache. Potenzielle Bewerberinnen und Bewerber wird eine lukrative Verdienstmöglichkeit in Aussicht gestellt, also quasi mit Geld. Durch das Vortäuschen eines nicht existenten Gewinns und die Veranlassung der Angerufenen zum Teil hohe Geldbeträge ohne Gegenleistung zu entrichten, also dass ihr Geld bezahlen sollt, dadurch machen sich die Callcenter-Mitarbeiter sogar selbst wegen Betrug strafbar. Bedeutet, wenn ihr mal wieder ein Zeitschriften-Abo wegen einem tollen Sachpreis oder sowas bekommen sollt, macht sich dieser Mitarbeiter, der dort am Telefon sitzt, selbst wegen Betrug strafbar. Eine Aussage der Bundeskriminalpolizei. Hier nochmal ein Auszug aus der Aufklärungskampagne des BKA, also Bundeskriminalpolizei irgendwas, zu betrügerischen Gewinnspielversprechen am Telefon. Das BKA klärt die Bevölkerung mit umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit über Betrugsmaschen am Telefon auf. Opfer, insbesondere auch deren Angehörige sowie die persönlichen im Umfeld, müssen gut informiert sein, um zu vermeiden, dass die Täter weiterhin Erfolg haben. Tja, ganz ehrlich, meine Meinung dazu. Die umfangreiche Aufklärungsarbeit. Ich denke, wir tun das hier alle auf diesem Kanal. Ich finde, hier muss allerdings noch mehr passieren. Werbung über das Thema Verhütung und Kondome lief in der Vergangenheit und den letzten Jahren im TV rauf und runter. Allerdings, wenn es um das Thema Betrug am Telefon geht, kommt man hier leider nur mit Flyer und das ein oder andere Mal, dass man vielleicht mal ein paar Polizeibeamte in einer Einkaufspassage sieht, die ein paar Flyer verteilen. Und das war's dann schon. Ich finde, dass dies leider nicht zum Ziel führt. Denn der Betrug hat meines Erachtens in den letzten Jahren wohl noch eher zu anstatt abgenommen. In der nächsten Woche machen wir mit diesem Thema weiter. Passt auf euch auf und informiert eure Familie. Teilt auch gerne meine Videos in den sozialen Netzwerken. Und umso mehr darüber Bescheid wissen, was so am Telefon passieren kann, umso mehr Leute können wir eben vor illegalen Anrufen einfach schützen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Nur so kann ich auch erkennen, was euch interessiert und was eben nicht. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eure Kommentare zu dem Video. Schreibt mir gerne einmal, was ihr so denkt und wie eure Erfahrungen mit Betrug am Telefon sind. Abonniere sehr gerne auch meinen Kanal, wenn du keine weiteren zukünftigen Videos mehr von mir verpassen möchtest. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao! 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 Vielen Dank.